Hey Leute und willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic Ja im letzten Part da haben wir schön unsere Kloschenecken und Hunde getötet Ja Hunde das waren doch gar keine Hunde Das waren Tukata So und Kommit ich musste noch was zeigen Ich muss mal... Ne ich sag sie ganz später dann Du machst Schluss Schau ich mach mich zu Schluss Schau äh das Ding da kriegst du noch Wilde ins Kraft Also das sind einfach so Bonus Dinger Deiner Ich hab ein Datenkronen entdeckt Eine uralte Hey ich bin noch nicht fertig Diese Datenkronen wurde vorher ins Zweck erschaffen Bist du mich verarschen? Das Spiel will mich verarschen, ich will lesen und dann... Komm, ich kann nicht mehr teilen Okay, wir müssen halt selber liegen Oh, 1.100 dp Wo muss überhaupt lang? Hier hinter... Weiß ich nicht Warte mal, ich schau mal auf die Karte schnell Keine Ahnung Du wirst von mir gemobbt Ähm... Hm? Wirst du wohl Ich komm nicht mehr... Achso ich dachte ich komm nicht mehr raus Alter was ist das für ein Vieh? Was ist das Vieh? Pssst Ähm... Da hinten gab's ja noch was... Äh... Aufgaben Die will ich auch noch... Annehmen Vom letzten Part Ha... Ich trink mal dabei was auf dem Weg Ach... Mit deiner Hand zu spielen ist gar nicht mehr so einfach Das ist herzlich, wir stehen jetzt wieder super an Was? Nix Daniel! Daniel! Mach's mal mit wie weit, wie weit Wie weit, wie weit! Wie weit, wie weit! Ey, das ist irgendwie so perfekt Lass uns gelettet Oh... Hoffentlich stellen wir ihn jetzt nicht Sgt Garus Die Gerichte stimmen Einige der Kisten, die wir hier unten verloren haben, sind gar nicht tot Sie sind wahnsinnig geworden, genau wie die Akolyten Achso, das ist ein Juni, dann ist das eine Frau Hey Das ist aber nicht einfach ein Fertungsmaterial zurückzuholen Die Kisten sind durch Mehrfachschlöpter gesichert Wenn wir die Dinger öffnen, um die Inhalt abzufackeln, müssen wir die Kotzylinder sämtlicher Wachen zurückholen Ich glaube nicht, dass sich das durch Verhandeln erreichen lässt Ich mach mal Sound leise, ich drück mal wieder Steuerung, also entfernen Oh... Da müssen wir wieder endet Wenn wir die Kotzylinder haben, öffnen wir die Vorratskisten und machen uns davon So musst du es nicht ingame, Laser Ja, das habe ich mich auch gewundert Warte mal, ich stell noch mal ein bisschen leiser, weil das irgendwie... Fake-Laut steckt ein bisschen runter Ja, ich suche dann mal ein paar Gegner Ich hier schon mal hier hinter ein paar Ein bisschen leiser, allgemein hier Töten Irgendwo hier gab es eine Elite Das weiß ich noch Ja Ich sollte mal ein bisschen mehr mit Tastatur eigentlich spielen Du spielst nur mit Maus die ganze Zeit Ja, ja, eigentlich... Ich hab mir früher immer so mit Maus angewöhnt und sowas halt Boah, ich bin voll die Kurve geflogen grad Du bist mein Falschen Ich weiß, ich hab dir ein bisschen geholfen Man soll doch immer nett sein So Das Ding brauchst du Ich bin auf Weg Bei den großen Reichweite Ah Bei den Ding gibt's was Ich geh mal kurz in den Typen Oh Er ist weg Kautzylinder Aber warte, äh... Die können wir ja auch noch schnell Die Typen wollen uns killen Wie du auf den Rechten nicht gehst Auf der Mittleren Ähm... Wieso nimmt... Falte grad nicht an Träfte nicht auch mal annähernd Ich spiel das ist irgendwie schon cool Ja Äh... Ey, äh... Gehen wir erst die Leute da nochmal killen oder... Aha, abgezogen Oder mach mir gleich das, äh... Bei der Hauptstory weiter Mir ist es egal Aber wir werden ja auch nur die Hauptstory Ja, wir machen einfach bis wir das Ende erreicht haben Wenn's ein Ende gibt Dieses Spiel hat keinen nicht kräftigen Typ, man Das kommt nicht Ich bin schneller da Äh... Eigentlich... Weil wir wieder ein 1-2-2-1 machen Nein Wie konntest du sterben? Das geht nicht Doch Was doch gesehen, dass es geht Mh... Ja, aber auch wenn man so doof ist, wenn man von den Dickern unterspringt Das war doch der Sinn davon oder ich geh wieder baden Ähm... Geh wieder baden Ähm... Ähm... Ich will ja nicht sagen, aber... Dreh dir die nieder! Was gibt's denn alles überhaupt? Ja... Ja... Äh... Geh bitte mit deinem... Hintern aus meinem Gesicht Ehm... Das sieht irgendwie... Das sieht ganz schön komisch aus LOL! Was wird das jetzt gemacht? Egal... Ähm... Ey... Wollen wir mal versuchen den Ding... Äh... Den... Boss zu töten Von was? Einen Boss hier halt Das ist so ein ganz starker... Vielleicht schaffen wir den sogar Ja... Ja... Mit mir glaube ich nicht Ja... Ja... Hast du die Medikits noch? Ich bin... Äh... Warte... Keine Ahnung, weiß ich nicht Okay... Ich helfe dir! In your face, Alter! Ey... Warte, warte, warte! Warte, bis er tot ist, dann greifen wir an, okay? Angriff! Warte, warte, warte! Jetzt! Jetzt! Spät! Ey, wen ich glaube, wie ist der denn? Sechs! Sechs! Genau, der ist sechs! Komm, den kriegen wir! Pack mal! Okay, easy! Schau mal, eigentlich... Der eine hätte... Ich hätte eigentlich... Ich wollte schon fast helfen! Wuhuuu! Wir sind Profis! Schau jetzt, dass du... Ähm... Ding... Hier ist das Bedarf! Jetzt Bedarf, weil es Stärke ist! Weil ich kann dein... Weil du hast mittlere Rüstung und die kann ich nicht tragen! Und ich zeig dir einfach mal, was du nehmen sollst, okay? Das zieh ich an! So, erstmal healen! Ganz unfair! Stärke, Ausdauer! Genau! Genau, das sind deine Werte! Schau mal, drück mal C! Warte kurz! Ja, ja, drück mal C! Ja! Achso, das ist mein komplettes Teil, okay! Ja, genau! Und ganz links, also so oben, das siehst du halt aus, wo Stärke und der ganzen Zeug... Stärke 92, Präzision 66, Zielgenauigkeit 14, Liste 14, Ausdauer 87... Ja, auf jeden Fall, wenn du da mit der Monster drüber gehst, siehst du, was es ist, also zum Beispiel Stärke ist bei mir jetzt Nachkampfschadenbonus 5,9, also ich bin jetzt nicht so eigentlich der Nachkämpfer... Ich brauche Wille, zum Beispiel, ich brauche, also ich kriege jetzt bei Stärke weniger Nachkampfschadenbonus als bei Dingen... Also du siehst halt, was du brauchst... Ja! Ey, gern! Gehen wir weiter! Verteidigungschance 5%! Die Schuhe haben sich gelohnt! Ohne, ich glaube, das kommt nur von dir! Ich bin auch gleich Level 6! Nein! Ich dachte nur nichts ab! Klau! Jürgen! Jürgen! Du stirbst gleich wieder! Bestimmt! Obwohl ich der Krieger eigentlich bin! Obwohl ich stärker sein müsste als du! Aber dafür kann ich das! Wann geht das überhaupt? Heun um, heun um! Äh, äh, eins! Warte, ich war auf drei! Ich war... Du wirst getrollt! Ich glaube, ich bin gleich wieder tot! Wischte! Ich hab trainiert! Und ich bin gleich tot! Nein! Oh! Oh! Mami! So, erstmal healen! Das war wahrscheinlich wieder falsch, oder? Du musst stehen bleiben! ich muss den hier nicht muss draufklicken erwartet aber benutzt die faust obwohl die haben wir noch das ist ja null so jetzt bist du voll ich bin voll böse zu viel alkohol schau mal da ist ein camper das sind zwei greift ihn dahinten an die beiden 4 4 6 ich bin nämlich schon lange 6 aus mitleid aus dem ozellot kann es sein dass sie vielleicht an der im zug ist es gut wenn die irgendwie so gelb er du musst jedoch nur killen doch die haben zu sterben auch nicht hier gegen gegen da hinten ist noch eins ja aber machen wir erst den unteren hier tot da ist irgendwas geld blaues ist wohl ich mir nimm einfach alles wird sich gelb ist eigentlich festgegenstand blau ist normal und so dunkelblau oder das sind halt so bessere gegenstelle ich nimm aha von hinten hehehe einfach mal rein gab's ja glatt ich doch was nein nein ich hätte dich für geld habe ich nun überhaupt ich habe auch keine wo können wir wirst du nichts der händler du bist du da hoch oder doch für wissen doch doch wir müssen da rein hier ist es ja das musst du machen wir erst meine quest und dann deine weil das sind noch mehr von den leuten der steht jetzt erstmal schock ich musste mir meine tassenbelegung mal ändern ja übel gehen irgendwie immer so black aus zwei und den ganzen zeugs halt glaube ich werde ab sofort mit maus nur spielen also ws adf spielen mach du mal dein zeug ich hole dabei die komischen zylinder hast du nicht der noch toll die hast du noch kann ich geholt er machte die zylinder ich kann hier einfach ein paar gegner okay ja viel spaß dabei versuche ich nicht zu sterben genau das wird wahrscheinlich passieren wie ich mich kenne hier geht es wieder klo schnecken die machen ein i looking for a handler oh oh you touch my tralala oh touch my tralala oh my ding ding dong Geht jetzt alle auf mich? Weiß ich nicht. Muss denn der nächste Händler eigentlich? Ach, machen wir es so. So ist lustig. Ich mach mal Einstellungen, mach mal Tastenbelegungen. Bäm. Na, am Schluss, Grafik. Grafik vom Feind. Oh, ich glaub, das war nicht so eine gute Idee. Was denn? Nicht alle auf einmal. Ne, das ist nie eine gute Idee. Das hab ich sogar schon alle einmal herausgefunden. Obwohl, ich glaub, ich kann's überleben. Schade. Ey, wollen wir gleich wieder eins, wirst du das eins machen? Ja, du bist voll gut. Ach, verkauf dir Sachen. Wo bist du? Ey, ich hab was bekommen. So, ich bleib hier jetzt stehen und heil mich. Was, wer ist das da auf dem Maul? Keine Ahnung. Ist das da, falls du Maul? Kannst du dir nicht? Äh, das konnte ich ganz ehrlich gesagt noch nicht. Wow. Die kommen ja plötzlich aus der Erde. Ne, ach ne, das sind ja auch Kloschnecken. Hm. Äh, Kloschnecken, nicht Kloschnecken. Die kommen aus dem Arsch der Welt. Hahaha, schlau gedacht. Äh, wo ging der hin? Ist der Typ noch sichtbar? Wo gehst du überhaupt hin? Ich warte hier die ganze Zeit auf dich. Da vorne ist das letzte. Ja, du...